Hallo, hier ist wieder Alex von Gers. In diesem Video schauen wir uns einmal die Reinigung von Hörgeräten an. Idealerweise tragen Sie Ihr Hörgerät den ganzen Tag. Daher sollten die Hörgeräte am Abend auch einmal sauber gemacht werden. Ich empfehle dazu ein antibakterielles Reinigungsspray, welches Sie sowohl für hinter dem Ohr Hörgeräte als auch für im Ohr Hörgeräte benutzen können. Dieses ist von der Handhabung kinderleicht. Sie nehmen das Spray aus der Verpackung, nehmen sich ein weiches Papiertuch, sprühen drei bis vier Mal darauf und wischen das Hörgerät komplett damit ab. Sowohl der Teil, der hinter dem Ohr sitzt, als auch der Teil, der im Ohr sitzt. Als Alternative dazu bieten sich die feuchten Reinigungstücher im praktischen Spender an. Vom Prinzip funktionieren diese genauso. Sie nehmen ein Tuch aus dem Spender heraus und wischen das Hörgerät damit komplett ab. Egal für welche Variante Sie sich entscheiden, sie ist immer für hinter dem Ohrgeräte oder auch für im Ohrgeräte geeignet. Unsere komplette Pflegeserie finden Sie in unserem Online-Shop. Vielen Dank und bleiben Sie gesund! Vielen Dank!